Es geht los. Hallo, Jungs. Er ist es. Machen wir weiter? Ja. Er ist nach wie vor nur ein Mensch. Unser ganzes Leben haben wir diesen Kampf geführt. Heute Nacht können wir ihn beenden. Das ist ja ein guter Trick. Upgrades. Mr. Anderson. Überrascht, mich zu sehen? Er hat es geschafft, sich zu duplizieren. Jetzt gibt es sie also mehr als einmal. Sehr viel mehr. Komm jetzt! Die Maschinen graben. Sie bohren sich durch die Oberfläche, direkt runter bis Zeon. Es gibt nur einen, der unsere Stadt retten kann. Neo. Was passiert, wenn ich versage? Dann wird Zeon fallen. Sie brauchen dich. Ich brauche dich. Was wäre, wenn die Prophezeiung wahr ist? Was wäre, wenn es morgen Frieden gäbe? Wäre es nicht wert, daran zu glauben? Wäre es nicht wert, dafür zu kämpfen? Ich glaube, es sind ja noch ein bisschen. Ich gebe mir, wenn ich alles Ihnen fahre. Ich habe mir, wenn ich es mir vergleichen soll. Wäre es nicht. Ich gebe mir, wenn es Ihnen geht. Ich bin ja, ich bin ja.